So Leute, willkommen zurück zu Final Fantasy Tactics Advance, oh yeah, Part 100, wir haben es geschafft Leute, wie cool, okay, und wir machen weiter mit den Sondermissionen, und zwar keine vollen LP, ich bin neulich über die Ebene gewandert und ein Typ schlug mich, er sagte, keine vollen LP, ist das ein Gesetz, was zur Hölle, interessanter Dialog, wie auch immer, gut, keine vollen LP, das wollen wir doch direkt mal annehmen, in der Hoffnung direkt mal auch den, zu finden, wo diese Quest denn gerade stattfindet, also heißt mal wieder, random, irgendwie, alle möglichen Gebiete durchforsten, die es so gibt, dann wieder, dann war dann, irgendeine Ebene hat er gesagt, durchquert er, wahrscheinlich habe ich gerade einfach den Namen direkt wieder vergessen, und der stand da gerade ganz fett, aber, naja, jetzt zum Ende des Let's Plays wäre es ja auch zu früh, um was Neues zu lernen, nicht wahr, haha, das Eisenfeld, daddlidadlidam bam, so, warte mal schauen, was hier Sache ist, oh, seht sie euch an, Mission, keine vollen LP, wie könnt ihr es wagen, gut, Zip muss natürlich wieder mal mit, einfach, weil Richter niederknüppeln immer Spaß macht, Ritz und Babus und so weiter, und Isel, ach, guck mal, jetzt sind die ganzen Story-Charaktere mal dabei, warum auch nicht, Heilenfarbmagie, Schaden an Tieren, ja, Schaden an Tiere wäre jetzt schon echt ziemlich scheiße, wenn das verboten wäre, ne, hahaha, was für ein Spaß, wie sich alle schlagen, hä, Gewalt zu verändern, das ist nicht lustig, was ist das für ein Trottel, volle Idiote, voll lustig, ey, die schlagen sich ja alle, juh, 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 so ungefähr, juh, 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 ja, die Bösewichte von Leute sind auch nicht mehr, was sie einmal waren, Okay, Fräulein, dann werde ich dich da oben erstmal blitzen, blitzdingsen quasi, so, wow, ich mache ja extrem viel Schaden mit einer sehr Unwahrscheinlichkeit, ja, Ritz ist nicht so ganz vom Vorteil, da sie kaum Fertigkeiten hat für Rotmagier, hm, naja, was war das denn jetzt schon wieder, ich habe nur nichts gemacht, Schaden gegen Tiere, Farbmagie, oder was, ach klar, Rotmagie, äh, und genau deswegen sollte Sid zuerst dran sein, ach, wie blöd, ey, voll gemein, Okay, nun, aber erstmal muss jetzt hier ganz wichtig der Richter außer Gefecht gesetzt werden, weil ich muss ja dazu in der Lage sein, diese netten kleinen Namja zu schlagen, ne, was macht der, Wirbelsturm, oh nein, der Wirbelsturm, mich in dir, meine Halb-P, Halb-B, don't do this, ah, voll geschlagen, äh, hier sind schon wieder alle so verdächtig schnell, ich muss doch mal deren Geschwindigkeit loben, was ist denn jetzt, was macht der denn jetzt, nein, Nacht, der macht Nacht, ah, wehe, Sid schläft ein, Generell, wehe, meine Einheiten schlafen ein, aber Sid wäre noch bescheidener, Okay, Der hat jetzt, Jo, sehr gut, das hat sich ja fast gelohnt, was zur Hölle, was hat er denn gemacht, Schaden gegen Tiere, zählt er das jetzt quasi, das wäre ja lustig, Dot wäre lustig, Okay, Sid, ähm, dann geh erstmal ein paar Schritte nach vorne, du darfst nicht sonderlich weit laufen, wie wir gerade gesehen haben, Ähm, abflauen, halt erstmal den Typen da auf mir, weiter auf den Senkel zu gehen, Nein, den Typen davon ab, meine ich, Sid, oh, scheiße, ich bin schon wieder angehalten worden, was passiert hier, Ach ja, diese Power ist doch wirklich sehr, sehr nützlich, Okay, Babos, jetzt darfst du erstmal wieder irgendeinen krassen Überzauber wirken, in dem du, Hm, explodieren, lass doch mal irgendwas in die Luft jagen, ja, das wird bei dem gar nicht mehr so viel bringen, bei dem aber, Na gut, nicht sonderlich viel mehr, ungefähr 10, nur Unterschiede, aber trotzdem, und, es geht in die Luft, boom, Zack, also wenn er dadurch nicht wieder aufwacht, dann weiß ich aber auch nicht, ja, ist ja wieder wach, alles gleiche, Hallo, willkommen in der Welt der Lebenden, zurück quasi, und so weiter, Die sind alle so ewig weit weg, ich muss ja jetzt erstmal eine halbe Ewigkeit hinlatschen, Bis ich da überhaupt an die Einheiten rankomme, vor allem, wenn sie dann nicht mal dazu in der Lage ist, sie zu treffen, Weil sie generell nicht rankommt, Wobei, sie hat ja zum Glück ihre wunderbare Beschwörermagie, und, oh, das ist etwas zu weitläufig, genau so, Den einen treffe ich zwar wahrscheinlich nicht, aber vielleicht treffe ich ihn auch doch, Madin, Tu, was du nicht lassen kannst, und bringe sie um, bitte, wäre nett und so, Aha, beide getroffen, aber das hat sich doch wirklich gelohnt, sehr gut gemacht, Meryl, sehr, sehr, Dude gemacht, No Run ist dran, No Run, wie auch immer, Was suchst du jetzt? Wahrscheinlich Ritz angreifen, naja, dein letzter Verzweiflungsakt, bevor du drauf gehst, Weil du genau weißt, dass du Geschichte bist, Aua, Voll die Ohrfeige gegeben, Kannst du auch nicht bringen, hier, wo der Bitch-Schlepp, Schlepp, genau, Bitch-Schlepp, Dürr, okay, erstmal wollen wir dich hier niederknüppeln, Weil, solange der Richter noch raus, da gefecht gesetzt ist, Vielleicht schaffen wir es sogar mal, dass der Richter gar nichts mehr machen darf, Wobei, glaube ich, eher nicht, dafür sind die leider etwas zu weit weg da oben, Und der macht jetzt hoffentlich nicht nochmal Nacht, Nee, macht er nicht, okay, alles klar, der macht irgendwas anderes komisches, Vielleicht spuckt er mich irgendwie mit was an, Nee, macht gar nichts, ist auch gut, warum auch nicht, Okay, ein Ritz-Dier werde ich jetzt erstmal das Ding sehen, Wie war das nochmal, Amnesty? Genau, hier, du hast eine gelbe Karte, so, regeln wir, kein Problem, Könnte Sid eigentlich verhaftet werden, fällt mir gerade mal so ein, Das wäre irgendwie schon ein bisschen lustig, Das wäre wohl lustig, so, ho, 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 Hat der gerade, nicht, hat der gerade schon eine gelbe Karte gehabt, Da habe ich mich doch glatt mal ein bisschen versehen, ne? Das war ein Versehen, ich habe mich versehen, Weil ich mich versehentlich versehen habe, was war ein Versehen? Okay, wir bringen ihn wieder mal zum Maxplodieren, Beziehungsweise, nein, ähm, Da ist es doch sinnvoller, seine HP zu halbieren, Seine LP zu halbieren, pardon, Entschuldigung, legt doch nicht alles so auf die Goldwaage, Und der singt, Bum, 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 Macht immerhin ein ganz kleines bisschen mehr Damage, 14, oh yeah, Okay, wenn man den Blaumager da oben, Wenn ein Martensland kommt, Dann könnte das sogar noch lustig werden, Der Konter, ist mir egal, Boom, auch wenn der Ritz jetzt drauf geht, Zack, ha, aber ich wusste, dass sie ausweicht, Deswegen, ich habe ihr vertraut, Ja, genau, das wusste ich, Selbstverständlich, Alles andere wäre leichtsinnig gewesen, oder? Ifrit sollte ausreichen, Ja, locker flockig, Und trifft sogar mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, Schaden gegen Tiere hier, Ich denke nicht, dass das verboten ist, Richter, Ich brauche die ganzen Gesetzkarten jetzt eigentlich gar nicht mehr, Dank, Dank, Und er geht den Bach runter, So, kommst du ran? Ah, du kommst sogar ran, Perfekt, okay, Dann hat der, Ja, der Richter bleibt quasi erstarrt, Während der Kampf endet, Das finde ich nochmal, Ist nur eine sehr schöne Sache, Ja, Locker flockig, Niederschlag, Man hat eine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit, Weil du pennst, Boah, Und der Richter hat nichts von all dem mitbekommen, Er konnte uns jetzt zwar auch keine Richterpunkte geben, Aber egal, Au, 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 Bitte hör auf, Autsch, Au, Ja, Das war für eine Dummheit, Wo du so blöd bist, Jetzt weißt du, Wie alle hier fühlen, Mhm, Der durfte, Der durfte der überhaupt was machen, Ich glaube nicht, Der hat den ganzen Kampf doch eh nur gepennt, Mission the Compilator, Oh yeah, Keine vollen EP, Sieht das, Das waren keine neue Waffen, Oder Ritz hat Vita gemeistert, Guck mal, Dann darfst du sogar tatsächlich noch was lernen, Finde es schön, Dass ich keine nervigen Kontaktanfragen, Jetzt mehr Kontaktanfragen, Ja genau, Wie ein Skype oder so, Kontaktanfragen, Ja, Leute, Die sich halt meinen Clan anschließen wollen, Weil der Clan quasi voll ist, Das finde ich, Sehr human, Sage ich mal, Okay, Und Meryl, Du hattest auch was Neues, Ne, Also hat das was gemeistert, Ja, Wofür dir die Lichtrohbe anhattest, Aber gut, Die Lichtrohbe ist jetzt nicht unbedingt schlecht, Also kannst du die auch gerne mal anbehalten, Okay, Ähm, Wollte ich sagen, Direkt geht es weiter, Zurück in irgendeine Stadt, Und schauen wir mal, Was es da für neue Quests gibt, Für Bonus Episoden, So viele dürften es gar nicht mehr sein, Oder? Oder, Oder, Opa, Gerüchte, Ja komm, Schauen wir nochmal nach, Keine vollen LP, Nö, Schade, Wenn ich nachgucken, Und welche schon, Analphabet, Analphabet, Ein Beamter in Uladon hat ein Gesetz erlassen, Kein Lesen oder Schreiben erlaubt, Wie soll ich mein Logbuch führen, Was sind das für dumme Gesetze, Was zum Teufel, Ähm, Moment, Wo war der, Hat er gerade gesagt, In, Ein Beamter in Uladon, Okay, Uladon sagt mir jetzt nichts als Stadt, Oder sonstiges, Äh, Dann müssen wir wohl einfach mal wieder, Random schauen, Was wir da gemacht haben, Haben wir eigentlich irgendeine neue Waffe gerade bekommen, Ich glaube zwar nicht, Aber ich schaue vorsichtshalber, Trotzdem mal nach, Nö, Alles klar, Gut, Wo ist der Typ, Der Analphabet ist, Da sind die Juggesandten, Da wird er wohl kaum sein, Generell, Im Jug muss ich eigentlich gar nicht gucken, Weil sonst würden die Leute ja nicht darüber beschweren, Weil da gibt's ja keine Gesetze eigentlich, Ne? Es ist ja kaum gibt kein Palast mehr an sich, Dann drehen die Richter direkt alles total durch, Und meinen, Sie könnten ja machen, Was sie wollen, Diese Trottel, Irgendwo etwas Neues für mich, Formua, Hätte ich wahrscheinlich einfach mal direkt in den Städten gucken sollen, Ist doch, Ne, Hm, Okay, Gleich bin ich jedes Gebiet durchgegangen, Da ist es, Okay, Dann auf nach oben, Ich hoffe, Ihr lasst mich in Ruhe, Ihr nervigen Einheiten, Ja, Guck mal, Das ist echt erstaunlich, Wie sich uns keiner mehr, Sich keiner mehr traut, Sich uns in den Weg zu stellen, Einfach weil, Ja, Weil wir Meisterrichter dabei haben, Dabdi, Dabdi, Boom, So, Wann haben wir hier jetzt schon wieder, Ist mir eigentlich egal, Analphabet, Hi, Möchtest du wieder mal irgendwie, Dass wir dir bei Problemen helfen, Wir nehmen auf jeden Fall wieder mal Sid mit, Weil Sid ist cool, Das wisst ihr ja mittlerweile, Der ist doch cool, Oder? Ja, In der Tat, Der ist mega cool sogar, Ja, Die gleichen Einheiten wie eben, Okay, Da war Gefecht, Die Gewinnerin, Meryl passt da voll nicht rein, Einzige nicht Storycharakter, Lese und Schreiben gehört verboten, Ich hasse Papierkram, Oh mein Gott, Wie dumm, Was sind das für Leute, Erstmal, Ich finde es so lustig, Wie sich alle schlagen, Und jetzt, Schreiben gehört verboten, Wenn es dich so stört, Wechsel doch deinen Job, Du Depp, Dann wieder, Balabam, So, Da kommt wieder der Richter, Der von dem Kampf nicht viel mitbekommen wird, Das kann ich jetzt schon mal prophezeien, Oh, Wer hätte das gedacht, Was ist das überhaupt für ein komisches Schlachtfeld hier, Da komme ich ja, Überhaupt nicht ran, Die, Nein, Achso, Festsetzen kannst du mich ruhig, Das ist gar kein Problem, Aber langsam ist blöd, Oh, Ich möchte doch wenigstens den Richter abflauen, Jum, Da kriegt er einen Punkt, Haha, Ich werde dir nochmal Manieren beibringen, Mein Freund, Didadidadam, Finagam, Was möchtest du tun, Was willst du tun, Ich habe keine Ahnung, Geht da unten ins Wasser, Da kann er aber nichts tun, Ja genau, Kommt mal alle näher, Damit ich euch besser verprügeln kann, Derweil schaue ich nochmal kurz, Gegen welche Gesetze ich jetzt verstoße, Gerade Breitschwerter-Techniken, Instrumente, Easy peasy, Ja, Was mache ich denn, Ritz ist leider nicht sonderlich, Äh, Stark, Eieiei, Eieiei, Hm, Naja, Let's try it, Blitzattacke, Eiei, Kleiner Donnerschlag, Boom, Und 43 Damage, Ist, Äh, Nicht so prickelnd, Aber, Was soll man tun, Ne, Ich kann ja hier nichts anderes machen, Okay, Madin, Ihr steht da gerade so wunderschön, Äh, Was, Ich treffe mich beide, Oh, Den einen heile ich sogar, Huch, Na, Was ist denn da schiefgelaufen, Was ist denn das denn, Was ist denn das denn, Ist denn das genau, Hehehe, Hohoho, Ifrit, Zeig, Was du nicht lassen kannst, Tu, Was du nicht lassen kannst, Meine ich, Zeig, Was du nicht lassen kannst, Genau, Bam, Bam, Oh, Sogar beide getroffen, Meine Güte, Meryl, Wirklich fantastischer Job, Den du hier machst, Okay, Wäre aber sehr schön, Wenn Sid gleich meine Reihe ist, Damit er, Äh, Den Richter lahm legen kann, Damit ich hier wieder frei handeln kann, Wie ich lustig bin, Ich glaube zwar, Ich habe sowieso nichts gegen, Was ich verstoßen könnte, Aber, Wenn ein Richter weniger ist, Freue ich mich nun mal immer, Also, Kampf auf jeden Angriff, Der gegen einen Richter geht, Das ist ja wohl irgendwie verständlich, Ne, Da wartet man das ganze Spiel quasi drauf, Und dann kann man es tatsächlich mal tun, Ich finde es immer noch fantastisch, Was hat er gemacht, Astra, Why, Why would you do this, Das wird ihm nichts bringen, Der Richter da unten, Der freut sich seines Lebens, Und weiß noch gar nicht, Was ihm geschieht, Hihi, Also noch geschieht ihm ja auch nichts, Aber, Jeden Augenblick wird es so weit sein, Bium, Bium, Und da beamt er sich wieder ganz elegant hinter ihm, Oh, Nein, Da werde ich vielleicht lieber mal, Na, Könnte ich mit Explosion vielleicht, Äh, Explodieren meine ich, Entschuldigung, Vielleicht sogar mehr Schaden machen, Nicht ganz, Oder, 11, 19, Macht ein bisschen mehr Damage hier, So, Okay, Alles klar, Nium, Oh, Der geht hoch, Und der geht runter, Und wird ganz platt gedrückt, Und verliert die Hälfte seiner, MP, Genau, Alles klar, Darf Sid jetzt bitte auch mal was machen, Damit ich hier in Ruhe, Ähm, Mich an des Pechs von, An, An, An dem Unglück von, Ja, Ne, Dem Richter plagen kann, Laben kann, Meine Güte, Ist irgendwie, Wortfeldungsschwierigkeiten und so, Mal wieder Deluxe, Einen Richterpunkt, Einen Richterpunkt, Immer noch nicht, Meine Güte, Ist auch nicht wahr, Dann darfst du mal dein Erdorf wirken, Ich möchte mich am Unglück des Richters laben, Jetzt komm schon, Sid, Mach endlich deinen Zug, Ich hoffe, Ich treffe alle, Na gut, Okay, Der da hinten wäre nicht so wichtig gewesen, Der Ninja wäre wichtiger gewesen, Aber, Nicht so dramatisch, Kann ich mit leben, Äh, Da war ja was, Es hat also doch gewirkt, Ohne dass ich es gesehen habe, What are you doing, Der kann über Wasser laufen, Oh, Er ist einer dieser, Ja, Genau, Warum, Zum Teufel, Versucht ihr eigentlich immer wieder, Sid, Irgendwelche Statusveränderungen zu geben, Ihr habt eine 0% Chance, Dass es wirkt, Immer wieder, Okay, Abflauen, Richter da hinten, Gib mal, Halt mal die Backentaschen jetzt bitte, Bäum, Klöp, Und da friert der Richter wieder ein, Oh, Meine Güte, Ich würde am liebsten ganz viele Randomkämpfe machen, Nur damit ich immer und immer und immer wieder Ein Richter einfrieren kann, Wie cool das einfach ist, Leute, Ich finde das so geil, Ähm, Moment, Halt, Stopp, Warum mache ich das, Ich muss ja einfach nur hier hingehen, Um ihn dann mit Blitz eventuell ein bisschen einzuheizen, Ja, Killt ihn aber, Oh, Moment, Halt mal, So, Das sollte ich vielleicht nicht angreifen, So, Hätte gerade fast einfach wild drauf losgedrückt, Ohne zu sehen, Hupsala, Ich treffe mich da selbst dabei, Wie kann das denn sein, Boom, 4, Äh, 49, 47, Das wollte ich sagen, Dankeschön, Okay, Meryl, Ja, Perfektor, Dann kannst du nämlich mal schön hier mit Madin, Guten Damage auf beide verursachen, Ähm, Ja, Alles klar, Und der eine killt, Der eine stirbt sogar dadurch, Madin, Walde deines Amtes, Meryl, Das machst du fantastisch, Hier, Bitteschön, Schenke ich dir, Boom, Und der eine ist down, Hoffentlich, Yep, Der ist down, Und das trinkt jetzt erstmal wieder am Wasser, Was kommt denn jetzt, Huch, Der Magie Spiegel, Gar nicht gesehen, Das ist ja blöd, Das geht ja direkt sogar, Wenn er aufwacht, Direkt, Ah, Naja, Nicht so viel Schaden, Kein Problem, Kann ich doch wirklich mit leben, Sechs Erfahrungspunkte, Okay, Er ist natürlich Dino, Dino heißt er auch noch, Okay, Hi Dino, Du bist also der Dino, Na, Instrumente, Wäre ja rein theoretisch jetzt verboten gewesen, Aber jetzt habe ich ihm quasi geholfen damit, Oh meine Güte, Ich werde diesen Kampf jetzt nicht mehr gewinnen können, Nein, Nicht wirklich, Es ist, Nix dramatisches, Meine Güte, Das ist mir doch egal, Ich werde dich einfach in die Luft sprenge, Mit explodieren, Aber auch das wird leider nicht reichen, Weil Babo's da Nicht die ausreichende Kraft für hat, Boom, 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 Zack, 105 Damage, Kann sich, Upsala, Explodieren reicht auf zwei Einheiten, Das habe ich gar nicht gesehen, Ich dachte, Das trifft nur eine, Huch, Sorry, Meryl, Das war keine Absicht, Eieieiei, Das war ja unkulig jetzt, Huch, Feuerschein, Moment, Wenn Statusveränderungen keine Wirkung haben, Dann heißt das, Ich war eben gar nicht verlangt, Das heißt einfach nur, Dass Sid mega alarm ist, Die, Dat, Die, Okay, Wen von euch nehme ich denn mal, Wen von euch nehme ich mit den Luftreißer, Den, An den ich rankomme, Würde ich mal spontan sagen, Oh, Der Typ dahinten steht so weit weg, Und ich weiß, Wieso, Es geht schon wieder los, Okay, Dann werde ich erstmal wieder mal, Alle schön einpennen lassen, Erdoss, Jetzt, Yay, Nium, Nium, Clear, Hoffentlich pennen die beiden ein, Verdammt, Ich hatte nämlich gehofft, Dass ich gleich mit Explodieren, Dann beide schön angreifen kann, Sid, Guck mal, Da darf ich auch mal wieder was machen, Ich sehe ja mal, Ich sehe, Ich sehe in der Tat, Dass ich nicht darüber komme, Ritz, Ähm, Joa, Dann wirk mal deinen Blitz, Ritz, Haha, Versteht ihr, Voll, Guck mal, Der killt sogar beide damit, Ja schön, Das macht zwar nicht viel Schaden, Aber es reicht genau aus für beide, Also warum nicht, Boom, Boom, Haha, Elegant, Elegant, So, Jetzt muss ich mal irgendwie da rüber kommen, Ach guck mal, Der Richter ist wieder im Zeitfluss, Und wieder wundert er sich, Was ist hier passiert, What happened, Genau, Und erstmal muss die, Guck mal, Das ist direkt, Genau deswegen lade ich Richter, Äh, Immer schön einpennen, Das Einzige, Was er jetzt direkt mal wieder Alle zum mal trinken bringen, Holololololol, Hololololol, Njum, Njum, Den kurzen Weg hättest du auch laufen können, Man, Explodieren, Oh nee, Lieber mal dein LP, Halbieren, Nicht explodieren, Aber halbieren, Das ist ja auch irgendwie etwas, Was schön ist, Oder, Da freuen wir uns doch immer, Wenn so etwas passiert, Gravit, Ga, Und, Zoom, 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 Boom, 131, Und da soll wieder wachen, Denkt sich auch so, What happened, Komm ich da rüber, Ich komme gar nicht darüber, Okay, dann mache ich, äh, dann, ja, greife ich wieder den Richter an. Einfach, just for the lulls. Komme ich mit Marge darüber? Das wäre wirklich schön, weil, dann muss ich es ganz langsam mit Babus machen, den Typ da hinten hinzurichten, sage ich mal. Hm, das hätte ich gar keine Erfahrung dafür, oder? Einfach nur extrem wenig. Du, 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 warte, ich warte mal mit Ersell nix machen, damit der Typ mal ein bisschen näher kommt. Und Marge, ja, kommt der jetzt ran oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich weiß es doch nicht, Leute. Ritz, du bleibst auch mal einfach stehen, warten, bis der Typ da mal ein bisschen näher kommt. Wie gesagt, der Marcello, wie auch immer, denkt sich jetzt auch so, wow, ja, genau. Gehen wir am besten noch ein paar Schritte nach hinten. Oh, Mann, ey, jetzt flieht der auch noch. So ein Arsch, Junge. Oh, Seen, cool. Sehr hübsche Animationen, wie ich finde. Und das war allerdings auch schon alles, weil, jetzt hat der unsere MP, hat der unsere MP-Angriff? War das das nicht? Ich habe keine Ahnung. Ach, ich komme ja gar nicht rüber mit denen, weil die ja nicht zu klettern können. Kann das sein? Ist dies denn überhaupt die Möglichkeit? Das wollte ich nicht. Is this what you want? Scheinbar, okay. Dann heißt es außen rumlatschen. Oh, Mann. Wie blöd, ey. Ach ja, genau. Diesen kleinen Weg hätte ich natürlich auch nicht zu Fuß zurücklegen können. Ich wollte es auch nicht von dir erwarten. Du bist ja immer ein alter, weiser Mann und so. Und währenddessen kämpft der Bus selber. Das ist jetzt creepy. Oh, mein Gott. Er taucht direkt hinter ihm auf. Oh, aber er hat genug MP, sehe ich gerade. Oh, nein, nicht nochmal. Nein, 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 nein. Das müssen wir nicht unbedingt nochmal machen. Da habe ich auf den Beinen in die Luft gesprengt. Das war doch nicht beabsichtigt. Meine Güte. Ich will gerade auf, ich könnte Meryl jetzt gar nicht wiederbeleben, weil sie so im Wasser liegt und ich da keine Einheit habe, die fliegende Füße hat. Also diese Fliegelschuhe, wie auch immer. Dass ich da überhaupt nicht rankommen würde. Und March kommt in der Tat nicht ran. Ach, okay. Dann den ganz langsamen Weg um die Brücke herum. Ich mag solche Kampfgebiete nicht. Oh, Mann. Ich klicke immer auf Warten, äh, auf Status aus Versehen, weil ich immer auf Warten drücken möchte. Dabei kann sie ja sowieso keine Aktion machen. Das heißt, das Ding geht automatisch. Durch den Richter durch. Bum. Eigentlich müsste ich gar nicht mit allen Eheiten durchgehen, weil wahrscheinlich Babus gleich den Genarmenstoß verursachen wird. Wehe, du haltst dich jetzt oder sonstiges. Ne, okay, du machst nur wieder MP-Schaden. Ist zwar wirklich dein nobles Ziel und ich verstehe auch deine Logik dahinter, aber unser lieber Babus hat einfach eine Spur zu viel MP. Das wird jetzt immer noch ausreichen, dass er noch immer deftig Schaden verursachen kann. Ähm. Ja, wieso gehe ich überhaupt mit dem March nochmal? Ich meine, das ist sowieso jetzt... Ja, komm. Lass mal Babus ran. Der wird das schon regeln. So, einmal bitte wieder so möglichst hinter ihn teleportieren. Und jetzt explodieren. Ja, das reicht locker aus. Er weicht jetzt auf mysteriöse Art und Weise aus, was ich mir immer nicht raten möchte, weil sonst werde ich böse. Boom. Boom. Und alles geht zu Bruch. Oh, Damage ohne Ende. Zehn Erfahrungspunkte. Und tut mir leid, ich mache mein Papierkrab versprochen. Ja, und lass doch mal diese dämlichen... Gott, also diese... Nun, damit wäre das erledigt. Diese dummen Ziele von euch hier immer. Meine Güte, Leute. Ihr wirkt echt nicht gerade sehr klug. Missionacompilator. Ich frage mich, wie viele Missionen es hier jetzt noch gibt. Cool. Analfabet haben wir gemeistert. Und Ritz hat fangen gemeistert. Das heißt, sie kann tatsächlich mal eine vernünftige Rüstung tragen. Aber sie trägt, glaube ich, auch dieses Kettenhemd, oder? War das nicht so? Ja, in der Tat. Ih, weg damit. Ähm... Willst du den Tragen-Gebieterrobe? Ja, komm, kriegst du die Gebieterrobe. Alles klar, schön. Und ab wieder in der Stadt. Ach, das war jetzt blödes Timing. Okay, Leute. Die Cutscene schauen wir uns dann beim nächsten Mal an. Haha. Das war Final Fantasy Tactics Advance für heute. Im nächsten Part. Iiii. Iiii. Über die 100. Also Part 101 schon. Oh mein Gott. Bis dahin, Leute. Ciao.